So, dann wird Friuni jetzt einfach Feuer machen, ist doch egal. Du machst als nächstes... Aspir... Slow... Und Drain. Ja, heilt sie tatsächlich. Ich hoffe nicht ganz voll, aber zumindest ein bisschen wird es sie dann doch Geld haben. Ah, Leonardo wird jetzt wahrscheinlich dann besiegt sein. Ja, gestorben. Dann beleben wir ihn erstmal wieder. Du machst Zeile... Nein, nein. Erstmal Anti. Und du machst Hast. Und da ist Leonardo wieder besiegt. Nein, nein. Du machst. Dann dauernst du ihn erst. Entschuldigen. Du hast du nicht gemerkt. Dann beleben wir Leonard wieder. Jedes Mal, wenn einer unserer Charaktere, unser vierter Charakter, Leute, stark ist, stirbt er oder verlässt er uns und wir kriegen einen neuen, der wieder schwach ist, den wir erst leveln müssen. Das ist ein bisschen bitter, aber naja. So, dann machen wir jetzt Silence. Berserker und dann... Ja, war's das. Grace Level 6 auf ein einzelnes Ziel hat. Nicht getroffen. Wow. Das war bestimmt eine unglaublich niedrige Wahrscheinlichkeit dafür. Ich glaube, wir alle werden Leben bekommen. Geil... Oder Frieden ist fast besiegt. Maria hat nur noch etwas mehr als die Hälfte vom Leben. Geil nur noch weniger als die Hälfte vom Leben. Werden alle Leben bekommen, gehe ich davon aus. Okay, beleben wir ihn noch mal wieder. Du bist dann bei Blind. Du darfst angreifen. Das tat weh. Leonhard lebt. 2.216, Leute. Heftig. Heftig. Okay. Dann, wir waren eigentlich gerade bei Feuer. Ja, dann machen wir mit Level 7 Zaubern weiter. Und zwar erstmal Basna. Hier, Blind hatten wir schon. Dann machen wir jetzt Sleep. Du machst Slow. Und du warst eigentlich gerade dabei, wenn ich das nicht im Kopf habe, Drain zu machen. Ah, Leonhard ist wieder tot. Weißt du, ich sehe gerade, das ist Hono 16, Leute. Also Flammen Level 16. Kein Wunder, dass die uns so viel Schaden machen. Gut, dann wird Leonhard wiederbelebt. Du machst Stun. Und du machst Hast. Geist auch fast tot. Hastlebach trifft nicht mehr. Haben wir das Maximal vielleicht erreicht? Oder nein? Nein, trifft gar nicht mehr. Wow. Okay. Oh, er ist gelähmt. Der Salamander ist gelähmt, Leute. So, dann machen wir Esna. Stopp. Berserker. Und nochmal Drehen. Das war's mit Lähmung, Leute. Die hat nicht mal eine Runde gehalten. Stopp hat leider nicht gewirkt, aber dafür gibt es jetzt ein bisschen Leben für Leonhard. 111. Sehr schön. So, dann weiter mit Wall. So, dann weiter mit Wall. Toad. Angriff und Angriff. Das ist jetzt ein bisschen problematisch, Leute. Das ist jetzt ein bisschen problematisch, Leute. Ich hoffe, Leonhard überlebt. Und wenn es nur mit einem Lebenspunkt ist, den Guy wird den jetzt besiegen. Leonhard ist tot. Leonhard kriegt nichts. Keine Erfahrung, Leute. Das ist jetzt echt bitter. 5500 Gil erhalten. Bei Frioneer ist die körperliche Fitness hoch. Die Schnelligkeit ist hoch. Die Kraft runter, dafür die Weisheit hoch. Die AP sind hoch. Bei Maria ist die körperliche Fitness hoch. Blizzard ist hoch. Bei Guy ist die magische Kraft hoch. Körperliche Fitness hoch. MP sind hoch. HP sind hoch. Ja, und Leonhard hat leider absolut nichts. Bitter. So, dann. Die Gruppe nochmal geheilt. Leonhard kommt nach vorne. Und weiter geht's. Da gibt es eine Truhe. Hilfe. Höllenfeuer. Höllenfeuer habe ich bekommen, Leute. Das war ein Kampfgegenstand, wenn ich mich recht erinnere. 5. Abi. Irgendwas. War zu schnell weg. Okay. Aspyr. Blizzard ist ja hoch. Das heißt, wir sind jetzt gleich bei Cloud. Oder? Also Cloud. Hier haben wir erstmal Hass. Und du versuchst dich mal an Tod. Wir haben Erstschlag. Das ist ja Ah. Jahrgünstig. Also. Untertitelung des ZDF, 2020 Die ZDF, 2020 Die ZDF, 2020 Und du machst Drain Zumindest ein bisschen Leben kriegen wir da wieder Also, Leonhard Hauli ist nicht effektiv, nein Tatsumaki, Wirbelsturm, Leute Leonhard ist tot Geist tot Das könnte jetzt gefährlich werden, Leute Tatsumakle wird 13 Freoni wird angegriffen Okay, beleben wir Leonhard wieder Und hier machen wir Shell Das ist irgendwie nicht ganz so gut, Leute Das ist irgendwie ganz, ganz schlecht Denn jetzt haben wir ein Game Over Okay, Leute Dieser Dungeon ist zu stark Ich kann hier nicht trainieren Oder wir, dann werden wir auf eine andere Art trainieren, Leute Ähm, jeder Zauber wird nur einmal gemacht Das heißt Leonhard macht tot Und Drain einmal Und danach kräfte nur noch an Vielleicht ist das genug Und bei den anderen geht das natürlich auch Hier haben wir wieder Hellfeuer Das heißt auch für Guy Guy macht jeden Zauber einmal Und dann war, uh, weißer Nein War das jetzt ein weißer Drache? Keine Ahnung So Das blöde ist Jetzt muss ich wieder nachsehen Wo wir vorher waren Von den Zaubern her Okay Also auf jeden Fall Aspyr Ja, dann machen wir hier einfach Blizzard Ich glaube, das heilt den Aber das ist egal Weil er hat eh noch volles Leben Hier machen wir Slow Und hier versuchen wir einfach mal Mit den Tod Wir haben Erstschlag Ho Ho White 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 Dragon Also ein weißer Drache Ja, Blizzard heilt ihn Okay Dann Machen wir Also wenn Blizzard ihn heilt Er hat dann noch volles Leben Einfach gleich nochmal Blizzard Cloud Hast Drain Also weiße Drachen kommen hier als normale Gegner, Leute War ja davor mal ein versteckter Boss Und jetzt tatsächlich ein normaler Gegner So Dann geht es Alles weiter mit Machen wir Feuer So Dann Basna Berserker Und Leonard greift jetzt nur noch an Fubuki Fubuki Der Schneesturm Level 16 Berserker 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 Vergiftet, sehr schön. Mit dem starken Gift. So, dann haben wir... Machen wir Donner. Shell. Und Guy greift jetzt auch nur noch an. Und Guy greift jetzt auch nur noch an. Und Guy greift jetzt auch nur noch an. Besiegt. 2000 Killer halten. Bei Friune ist die Geschwindigkeit hoch. HP sind hoch. Feuer ist hoch. Bei Maria ist Blizzard hoch. Bei Leonhard ist die körperliche Fitness runter. Dafür die Intelligenz hoch. HP sind hoch. So, dann darf Friune einmal heilen. Die Gruppe. Maria ist wieder voll. Der Rest nicht. läuft.